Musik Tropenwald von die Klimabaustelle Vorgetragen von Green World Facts TV Es war einmal ein Tropenwald mit Bäumengrün sehr hoch und alt, ganz warm und feucht, er war wunderbar, für groß und klein die Heimat war. Fernab in einem reichen Land, der Appetit aufs Denk entstand, man brauchte Platz, wozu ein Wald, man schlug das Holz, ganz kahl war's bald. Die Sonne scheint, der Affe stirbt, der Boden blank jetzt erodiert. Ein Vogel legt ein letztes Ei, das Rind es rülpst, Methan wird frei. Dann sitzt er da am Thekholztisch, der reiche Mensch, das Hemd nicht frisch, der Schweiß, der läuft, das Asthma plagt, war das okay, er sich nun fragt. Die Abholzung des Regenwaldes ist auf jeden Fall ein sehr gutes Thema für ein Gedicht und hier wurde es wirklich gut rübergebracht. Jeden Tag werden mehrere fußballfeldgroße Flächen Regenwald vernichtet, teils illegal. Sehr viele Tiere verlieren ihre Heimat und unsere Luft wird im wahrsten Sinne des Wortes dünner. Denn wir zerstören die Lunge unseres Planeten. Die Abholzung unserer Wälder muss gesetzlich verboten werden. Das war Tüschchen 6, also bis morgen. das war Tüschchen 7. Gelderland 2021 Untertitelung des ZDF, 2020